Wie fühlt man sich hier noch als Mensch behandelt und nicht als einfach eine Nummer, die kommt und Geld bringt. Das ist leider in Deutschland so. Es wird sehr wenig von den Krankenkassen übernommen. Man ist halt nur der Geldgeber und so wird man auch behandelt. Und hier, wo ich heute Morgen hereinkam, ich wurde begrüßt, das kenne ich bei uns überhaupt nicht in Deutschland. Das gibt es gar nicht, dass man so begrüßt wird und auch so behandelt wird. Zuvor kommt nicht höflich.